Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion D2 im Ranglisten-Modus. Burg am Start, Fürst des Todes am Start. Wir machen auf jeden Fall das, das und das. Auf Pallschaden, naja gut, habe ich teure Einheiten, das ist klar. Aber das funktioniert schon. Könnt ihr mit dem Crab Lord einfach starten. Und dann können wir immer mal so ein bisschen Elementare dazu packen, wenn es soweit ist. Hier ist ein Yozora-Start. Magischer Schaden ist gut dabei, Stichschaden ist gut dabei, Aufprallschaden habe ich hier und da ein bisschen. Ging auch okay. Und die Blume. Hier konnte man eventuell auf der 3 abnerven, indem ich da ein extra reinschicke. Je nachdem, was gebaut wird. Könnte auch upgraden. Ich warte mal noch. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Fernkämpfer. Wobei die auch nachkämpfer spawnen, also ist es gar nicht so schlecht. Ich habe einen Kobo reingeschickt. Okay. Reicht anscheinend, dass ich verkacke. Unerwartet. Aber so ist das. Wir machen mal ein Feuerelementar. Einfach für den Anfang. Da ist der Start leichter. Ich habe schon wieder ein Robo geschickt. Aber vor allem Elementar ist stark genug. Da passiert mir nix. Da passiert mir nix. Na, der schafft es. Putze, weil er war zu fett. Aber ich habe noch teure Einheiten. Muss ich schon zugeben. Teure Einheiten, wenig Nahkämpfer. Muss ich ein bisschen aufpassen dann mit meinen... Mit meinen Magion. Dass ich ein bisschen von dann irgendwie noch aufbauen kann. Lass noch ein Craplot holen. Ja, wir sind ganz gut dabei trotzdem. Ich schüttel mir mal eine Echse mit rein. Jetzt hat er keinen magischen Schaden. Dann wird sich Qual aufgewertet. Das wird nix. Kann ich ruhig sogar zwei World Cup gehen. Sollte gar kein Problem sein. Ich würde auch einfach eine Echse mit rein schicken. Okay, die schicken nichts. Ich würde dann aber auch Zeit, dass ich den Mudman dann hinstelle. Ja, das passt. Die spawnen sowieso Einheiten. Da geht das klar. Ja, das ist die Krabben angegriffen. Dann der Mudman. Ja, es wird eng. Es hängt mal wieder. Ob ich das jetzt es schaffen. So, ich bin wieder drin. Sieht zumindest aus. Die Aufwertung vom King sind weg. Die roten. Komisch. Jetzt ist sie wieder da. Okay. Seltsame Geschichte. Okay, die Echse kamen raus. Können wir hier drüben ruhig noch mal ein Mudman hinstellen. Und so ein bisschen dadurch splitten. Noch mehr Elementare. Die in der Wrave äußerst schwach sind. Aber so ist das. War klar. Das habe ich vorher gesehen. Aber ich hatte ja nicht großen Spielraum, um irgendwas zu machen. Wo die noch verstärken können. Ja, aber. Mein Problem war da eher, dass ich die Verbindung verloren hatte. Und so ist das. 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 Das müssen wir wieder rausholen. Der King ist unsichtbar. So. Auf jeden Fall ihn. Und den Worker. Kann sich mal schauen. Das macht mehr Sinn, wenn ich den nächsten Wave schicke. Das macht mehr Sinn. Ich könnte das Einkommen mitnehmen oder Riesenschnecken. Riesenschnecken sind hier tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube mir ist das Einkommen wichtiger. Der brother von Kai. Spawn, spawn. Oh. Okay. Die haben beide verkackt. ich habe nur ich verkackt ein goldwerfer holt und da können wir ein bisschen was aufbauen hier und sie sind fast tot so mancher schaden wir bauen natürlich den fürst des todes so wie das sein muss ich werde mal den verstärken und nächste runde verstärken ich den hunter schick einfach schon deinen rein ok hat die blume hat magischen schaden ja sehr gut deshalb tot jünger tot, fürst des todes tot, durch ich mache auf jeden fall den rest weg ist der king auch unsichtbar nö der star nur unserer ist unsichtbar weg gewonnen wir haben ja gesammelt hätte das nächste runde wahrscheinlich geschickt zwei runden nicht, ich brauche schon ganz schön runter aber das war es trotz verbindungsabbruch noch gewonnen gar nicht schlecht ja, da sieht man uns perfekt, das war eine weitere Runde Leachen schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei snag, abo da, wie immer bis dahin, entspannten Tag was kommt, bis zum nächsten Mal ciao ciao